Hallo und herzlich willkommen zu diesem dritten Teil aus unserer kleinen Reihe rund um das Thema digitale Belegbuchhaltung. Mein Name ist Thorsten Siegmann und in diesem Kurzvideo möchte ich Ihnen vorstellen, wie Mandanten an zentraler Stelle über das Edison-Click-Portal ihre Belege und Auswertungsinformationen wieder zur Verfügung gestellt bekommen. Unabhängig von der ursprünglichen Herkunft eines Beleges, das kann sein über unsere Premium-Partner GetMyInvoices oder Cevdesk oder über unsere SmartConnect Integration, was wir in einem anderen Video schon vorgestellt haben, haben wir natürlich durch Partnerschnittstellen auch die Möglichkeit Belege und Bogensinformationen heranzuholen. Ein weiterer Schritt ist natürlich, dass Mandanten Belege angeliefert haben. Eine Kanzlei kann natürlich auch selber Belege scannen und die auch über das Modul Scan-Buchen-Archivieren verarbeitet haben. Egal welcher Herkunft, die Belege werden im Rahmen des Monatsabschlusses automatisiert durch das Starten unserer Edison-Job-Kette an das Mandantenportal geuploadet. Also haben Sie kein weiteres Zutun, um die gewünschten Informationen wieder automatisiert den Mandanten zur Verfügung zu stellen. Über die Edison-Job-Kette habe ich in diesem Fall definiert, welche Auswertungen online an den Mandanten gehen sollen. Das sind nebst der klassischen PDF-Auswertung über die BWA-Saldenliste-OP-Liste auch hier dieser Punkt Edison-Finanzreport-Smart-Connect-Update automatisiert beim Monatsabschluss. Nach dem Upload im Rahmen der Job-Kette durch die Durchführung des Monatsabschlusses bekommt der Mandant eine Information per Mail oder per Push-Nachricht auf sein mobiles Endgerät, das die Kanzlei neue Auswertungen und Informationen bereitgestellt hat. Nachdem der Mandant sich mit seinen Login-Daten in das Portal eingeloggt hat, bekommt er über das Dashboard die Möglichkeit, über die Smart-Connect-Box Belegbilder nebst Buchungssatzinformationen anzuschauen und dabei, wie eben beschrieben, ist es unabhängig davon, wo ursprünglich die Belege hergekommen sind. Die Kanzlei kann gescannt haben, der Mandant kann die Rechnung per Mail bekommen haben, der Mandant hat gescannt, hat hochgeladen oder nutzt irgendwelche anderen Online-Schnittstellen. Über das Auswertungstool Finanzreport hat der Mandant die Möglichkeit, über die standardmäßigen PDF-Auswertungen hinaus sich in seinem Datenbestand selbst zu bewegen. In dem Dashboard der Smart-Connect-Box werden den Mandanten Statistiken angezeigt über die Anzahl der Buchungen aus den letzten Zeiträumen. Über die Recherche aus dem linken Seitenmenü hat der Mandant die Möglichkeit, sich die Belegbilder und auch die Buchungssatzinformationen kombiniert anzeigen zu lassen. Über das kleine Formularsymbol kann der Mandant hier über das Addisbon-Click-Portal die Belegvorschau aufrufen. Die Buchungssatzinformationen werden automatisch hinzugeladen. Möchte der Mandant seinen eigenen Auswertungsbestand automatisch analysieren, individuell und flexibel aufrufen, bietet sich genau das Tool Finanzreport an. In dem Tool Finanzreport hat man dann die Möglichkeit, aus seinem Datenbestand das gewünschte Wirtschaftsjahr, Zeitraum, auch die Abgrenzung zwischen Handels- und Steuerbilanz entsprechend zugrunde zu legen. Schauen wir uns das Beispiel der BWA an. Hier hat man ähnlich wie aus der Addison-Finanzbuchhaltung Stichwort BWA als Dialogauswertung anzeigen lassen, auch als Mandant eine Drill-Down-Funktion. Das bedeutet, der Mandant kann auf eine BWA-Zeile klicken und sich auf Wunsch den eigenen Kontennachweis zur Ansicht bringen. In dem Kontoblatt kann der Mandant noch eine Ebene tiefer gehen, weil er beispielsweise die Buchungssätze nachvollziehen möchte. Auch diese werden ebenfalls durch das Starten der Jobkette geuploadet. Auf dieser Ebene hat man dann nicht nur die Buchensatzinformationen, sondern wiederum die Verknüpfung mit den Belegbildern, welche wir vorhin mit geuploadet haben und nochmals unabhängig davon, wie die Herkunft des Beleges ursprünglich mal aussah. Sie haben nun gesehen, wie Sie über das Addison-One-Click-Portal als Kollaborationsplattform zwischen Ihnen und den Mandanten Buchensatzinformationen hin und her transportiert werden können. Das heißt, das reine Beleganliefern des Mandanten soll kein einseitiger Vorteil sein, der Mandant profitiert auch davon, dass Sie Buchensatzinformationen, Belegbilder über die Smart Connect Box und über den Finanzreport wiederum zur Verfügung stellen.